Es gibt eine ganz große Baustelle, die wir aufräumen müssen, aber viele verlieren sich derzeit in ganz vielen kleinteiligen Proof of Concepts und versuchen die Technologie nochmal auszuprobieren. Die Technologie kann es aber. Viel wichtiger ist eigentlich jetzt zu überlegen, wie kann ich jetzt den Mehrwert austesten, also ein Proof of Value machen. Und das ist nicht nur ein schönes Umspielen mit Technologie, es ist wirklich, dass ich wirklich messen kann, dass ich einen Mehrwert habe. Hallo Annika. Hallo Matthias. Annika, meine erste Frage direkt an dich. Was ist deiner Meinung nach der wichtigste Aspekt beim Thema Generative AI für Unternehmen? Also nach meiner Erfahrung ist es am allerwichtigsten, dass Unternehmen eine ganzheitliche Vision oder Strategie entwickeln, wie die neuen Technologien wie Generative AI oder auch AI allgemein ihr Unternehmen verändern können. Und sich nicht damit aufhalten, in kleinen Proben das mal auszuprobieren, sondern im größeren Maßstab zu denken. Okay, spannend. Also obwohl ein technisches Thema sagst du, Strategie ist eigentlich die Antwort. Wenn du über Europa schaust, was siehst du dann? Sind die Kunden da gut unterwegs oder die Unternehmen gut unterwegs oder gibt es da Nachholbedarf? Also man kann das natürlich nicht verallgemeinern. Es gibt einige, die sind ganz weit vorne und die nehmen das auch als Chance für sich wahr. Aber viele verlieren sich derzeit in ganz vielen kleinteiligen Proof of Concepts und versuchen die Technologie nochmal auszuprobieren. Die Technologie kann es aber. Viel wichtiger ist eigentlich jetzt zu überlegen, wie kann ich jetzt den Mehrwert austesten, also ein Proof of Value machen. Und dazu gehört natürlich, sich vorher zu überlegen, was brauche ich als Unternehmen, was soll mir diese Technologie bieten, wie kann die mich nach vorne bringen. Und das ist gerade das Thema, wo wir mit ganz vielen Kunden arbeiten, das in den Fokus zu rücken. Jetzt, wenn du sagst, ja, Proof of Value, das wird vieles verändern, wird das ja auch eine Veränderung sein für Mitarbeiter, für die Arbeitsplätze. Im Prinzip gibt es ja wöchentlich neue Studien, in denen dargelegt wird, wie viel Prozent der Arbeitskräfte oder wie viel Prozent der geleisteten Arbeit denn verändert werden wird durch Generative AI. Was ist denn dein Blick darauf, auf diese Future of Work? Also die Mitarbeiter auf der Reise jetzt mitzunehmen, das ist eines der größten Herausforderungen, die wir alle gemeinsam haben. Menschen mitzunehmen, weil die Technologie ist letztendlich exponentiell und Menschen können in der Regel sich gar nicht ganz so schnell diesen ganzen Neuerungen stellen und das lernen und anwenden. Und deswegen ist es so wichtig, ganz frühzeitig auch alle in einem Unternehmen mit einzubinden. Nicht Technologie einfach nur einzuführen oder glauben, ich muss es nur mal eben installieren oder heute anordnen, dann macht es das. Das geht natürlich nicht. Also es ist ganz wichtig, auch Mitbestimmungsgremien mit einzubinden, Mitarbeiter einzubinden und auch dafür zu sorgen, dass künstliche Intelligenz absolut ethisch eingesetzt wird. Das heißt, auch da ist ganz viel Arbeit zu leisten, sich genau zu überlegen, in welcher Industrie befinde ich mich, welche Auflagen habe ich, welche Regulatorik ist für mich relevant. Und das wirklich abzubilden. Deswegen Menschen an erste Stelle stellen, die Technologie nutzbar machen, aber am Ende des Tages wirklich frühzeitig anfangen mit der Transformation und alle einzubinden. Ja, super. Ich bin bei dir. Ich glaube, allein schon das Abholen aller Menschen, was dann Gen AI und AI überhaupt bedeutet, ist schon ein erster, ganz, ganz wichtiger Schritt, um da so eine gemeinsame Basis des Verständnisses zu erreichen. Ich denke, nur dann können eigentlich diese Use Cases und Value Cases überhaupt identifiziert werden. Jetzt hast du gesagt, auf der einen Seite haben wir Strategie als eigentlich das große Thema. Es muss ein strategischer Prozess sein. Wir haben die Mitarbeiter, die mitgenommen werden. Und Technologie, ja, das funktioniert einfach. Das ist ja einfach da. Ist es denn wirklich ganz so oder gibt es da vielleicht auch noch Baustellen oder so Technical Debt, wie man so schön sagt, was noch aufgeräumt werden muss? Es gibt eine ganz große Baustelle, die wir aufräumen müssen. Und zwar ist es, alle Unternehmensdaten und auch alle Daten, die außerhalb des Unternehmens sind, allen Prozessen mit AI auch zur Verfügung zu stellen. Und das ist derzeit noch eine der größten Hürden, eine offene Datenplattform zu haben, die wirklich unterschiedliche Datenquellen zusammenfasst. Also wenn ein Unternehmen SAP im Einsatz hat, die Daten aus dem SAP-System genauso wie aus vielleicht unterschiedlichen Clouds, die man im Unternehmen hat. Das muss alles verfügbar sein und einfach verfügbar sein, damit es wirklich den Mehrwert bringen kann, wenn man mit künstlicher Intelligenz und anderen Verfahren in dem Bereich des Datenmanagements arbeitet. Super, also an allen Fronten was zu tun. Wenn du nochmal zusammenfassen möchtest, wie schaffen es jetzt Unternehmen wegzukommen von den kleinteiligen Testprojekten oder Proof of Concepts hin zu diesem strategischen Blick auf Generative AI? Wichtig ist bei AI immer und eigentlich auch bei jeder Technologie, wofür möchte ich es nutzen. Und ich muss mir als Unternehmen eigentlich überlegen, wie kann ich mein Unternehmen vielleicht ganz neu aufstellen, umbauen? Wie kann ich mir einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, um nachhaltig im Geschäft zu sein, nachhaltig zu wachsen? Und dafür suche ich mir dann verschiedene Unternehmensbereiche raus, wo ich sage, das ist jetzt für mein Unternehmen sehr wichtig. Entweder um Kosten einzusparen oder um Lieferketten zu optimieren oder um mich zu differenzieren mit meinen Produkten. Und in den Bereichen starte ich dann mit meinen Projekten, mit meinen ersten Projekten, mit meinen Umsetzungsprojekten. Aber ich bin mir von Anfang an ganz klar, was so ein Projekt auch liefern muss. Und das ist nicht nur ein schönes Rumspielen mit Technologie. Es ist wirklich, dass ich wirklich messen kann, dass ich einen Mehrwert habe. Und das ist ganz wichtig. Und dort setze ich an mit meinen ersten Projekten. Zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, ist wirklich auch hier in diesen ersten Projekten, die ich dann mache, eben alle mit einzubinden. Das nicht auch nur in den Händen von externen Beratern zu lassen, sondern ganz wichtig, die unterschiedlichen Firmenbereiche einzubinden in diese Projekte, um dann gemeinsam auch die Erfolge zu feiern, die Technologie besser zu verstehen. Auch zu verstehen, wo man Rahmenbedingungen setzen muss, Leitplanken implementieren muss, damit man diese Technologie sicher, nachhaltig und auch ethisch umsetzt. Super. Vielen, vielen Dank. Das waren tolle Einblicke. Dankeschön. Danke, Matthias.